Hallo Leute, ich habe gerade ein Paket bekommen von Hermes und ratet mal was das ist. Das ist das Kleid aus China, das ich mir bestellt habe für meinen Geburtstag. Und wir packen das jetzt zusammen auf, weil wir sind alle so todesaufgeregt. Weil ich habe das Kleid ja in einer anderen Farbe bestellt und passt es zu meiner Größe auch noch. Also viele Variablen. Und es ist aus China, das heißt schon, dass diese genau das ist. Aber ist das nicht aufregend, Leute? Ihr seid so still, ich darf schon noch was reden, Leute. Wenn du redest und dabei das Ding auch machst, dann hört man nicht weniger Regen. Es geht auch nicht so wirklich um das, was ich sage. Es ist alles nicht so wichtig. Das Kleid ist aufregend. Oh, noch mal eine Packung. Das ist wirklich Unboxing des Todes, weil dann so viele Packungen sind. Okay, seid ihr bereit, ne? Noch eine. Also die Farbe, würde ich schon mal sagen, sieht doch richtig gut aus, oder? Mach das Himmel blau. Ich hasse das, was für Geschichten ist das. Lass es einfach mal sehen. Okay, Leute. Also die Farbe. Was sagt ihr zur Farbe? Gut? Ja. Mach's nicht schmutzig am Boden. Was ist das für ein Umstag? Das ist doch so schwer und das ist aber umgedreht. Warum hast du mich jetzt um? Lass mich so aufgeregt sein. Kann mir jemand helfen? Ich kann dir versuchen kurz zu helfen, aber ich bin der Kleidexperte leider. Kannst du das kurz halten hier oben? Ich kann es halten. Ich möchte den Reißverschluss so machen, dass es jetzt kaputt geht. Also ganz ehrlich, so von der Stoffmenge und von der Stoffdicke und von der Schwere des Kleides würde ich schon mal sagen, ja. Mach ich das richtig, Mama? Oder denkst du, ich mach's jetzt kaputt? Was denkt ihr? Sollen wir es einfach mal anprobieren, wie ihr möchtet? Ja. Okay, dann mach Pause. Okay Leute, das ist mein Kleid. Es ist einfach das krasseste Kleid der Welt. Es hat unendlich viele Lagenstoffe. Ich möchte nochmal daran erinnern, es hat 100 Euro gekostet auf China. Das ist mein Rock. Das ist nicht so cool. Die Ärmel gibt's. Das ist hinten. Und jetzt darfst du aufmachen. Ein Stein, der glitzert. Und dieses komische Knedradio-Gummi-Zeug, das voll in war. Ein Speicherkarten-Dingsing. Tja. Herzlich Willkommen live aus der Kaisermarktstraße. Hier schaut's so aus. Da läuft die Julia und der Tim. Der Ben ist neben mir und meine Parenten sind auch irgendwo. Hallo. Wo sind wir, Ben? Tenself heißt, glaub ich. Schön, dass du dir so sicher bist. Was machen wir hier? Was ist hier heute? Wir laufen. Und machen halt so Zeug jetzt mal auf dem Tenselfest. Ja. Was sagst du zu Schoko-Elbeeren? Lecker. Aber es passt nicht zum Lager. Aber wir essen auch Fleisch in der Sendung. Schaut, ich hab meinen schönen neuen... Das hat Julia selber genäht. Und ich hab ihn dieses Jahr enger genäht. Weil der Rest ist jetzt locker. Das ist ja perfekt. Hier, mach mal Fit-Check von mir. Ja, nehmt ihr was? Die Jenny hat ihr typische Kleid an... Das hab ich gebucht, aber auch mal gestern, als ich 10 war. Ja, und das hat man auch mal genäht. Als du um 10 warst. Ich kann, weiß nicht, nur an uns holen. Ist okay. Wo ist meine Mutter? Joana ist nur verloren gegangen. Und äh... Hier schaut es so aus. Bist du meine Meinung? Nein, du musst weitergehen. Hm, schottische Teigfladen. Schottische Fladen. Ich hab keinen Blumenkranz dieses Jahr, weil ich vielleicht vergessen hab. Und den Umgang hab ich auch nicht. Du hast sehr viel Zeug vergessen. Bitte kritisiere mich nicht. Ich hab keinen Beutel. Ich hab auch keinen. Ja, und wir haben die Glöckchen vergessen. Schlecht vorbereitet. Bist du in die Bibliothek? Nein, danke. Können wir kaufen irgendwas cooles. Ablässchen. Akzeptier ich. Akzeptierst du? Der Ben hat so ein cooles Schwert von diesem Stand oder so. So ein Holz doch. Und nächstes Jahr mach ich mir so ein richtig cooles Outfit. Und dann hab ich so einen Boden. Dann kann ich Leute abschießen. Ich hab einen Schleuder hier mal gekauft. Ich möchte so ein echtes Schwert haben. Ein echtes hätte ich gern. Aber ich will gern sein. Der Benni hat ja schon ganz viele zu Hause. Nein. Hallo, sag Hallo zum Vlog. Sag, ich hätte gerne auch ein Schwert. Die Jenny hätte gerne auch ein Schwert. Aber der Papa auch? Ich hätte gerne ein echtes. Oh, wie schützt er sich. Sieht zumindest ein bisschen besser aus. Sie hat so einen fließenden Umhang. Das sind Gürtel. Von diesen Kleidern. Ja. Hüftgürtel. Ich rieße ein bisschen nach Kuh. Ja. Yes. Bois. Ja ja. Bois. 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 So ein Stück für nichts. Ja. Bois. Dios Ferrara. Das ist da, wo wir in meinen Urlaub hinfahren. Das ist wirklich für den Bock. Die haben die gleichen Farben wie Top Röhrer. Das ist eigentlich richtig cool. Wow. Das ist es. 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 Das ist der Blog. Das ist es. 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 Das ist. Das ist. Das ist es. 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 Leute. Wir haben noch mehr geshoppt. Das sind wir immer noch in München. Gell Papa? Hast du auch was gekauft? Hast du? Ich habe ein rosa Hemd gekauft. Lila würde ich eher sagen. Zeig Flida. Flida Farben. Zeig uns das mal. Zeig mal. Wow. Sehr schön Flida. Aha. Schön Papa. Cool. Was hast du gekauft? Ich habe eine Leinenhose von Bershka. Ich glaube ich habe es nicht. Die habe ich mir schon mal bestellt. Aber auch immer ohne. Mhm. Und die Farbe gefällt dir jetzt besser? Ja, euch gefällt sie besser. Sie schaut nicht so aus wie eine Schlafanzug. Das ist ein Oberfett von Ormi. Aber sag es nicht. Wir machen einen Geburtstags-Vlog. Also, okay. Wie ist den Geburtstag erinnert? Also, wir sind ganz glücklich heute. Ganz glücklich. Lauter reduzierte Sachen. Alles gut. Es ist einfach ein sensationell tolles Tag. Alles gut. Danke, Mama. Du bist ja nett. Sag dich nochmal für den Vlog. Aber nicht da filmen, wo diese Müllabgabe ist. Sondern du musst mal ein bisschen reingehen. Okay. Ich dachte, du kommst rein und holst dich schon abgeholt. Ja. Für den Vlog. Sag dem Vlog. Also, es ist einfach jedes Mal ein Wahnsinn, wenn man hier in diesen Biergarten kommt. Es ist Platz für alles. Eine gemütliche Stimmung. Du hörst das Klonken, der Biergläser, Maastrüge. Es ist unglaublich. Schau mal her. Wundervoll. Wundervoll. Wie's? Was? Nicht den Müll filmen? Äh, Schatz? Und ihr? Das war wirklich peinlich, fand ich fast schon. Dein Bier, schau. So jetzt, was machen wir jetzt? Mama, erzähl mal. Lecker, lecker, lecker. Okay, super für den Vlog. Es geht wunderbar. Ich würde mal sagen, wir machen das, was wir jeden Abend trinken. Wir soffen. Aber so gibt es auch. Was machen die denn da? Kostagsvlog Teil 2. Pssst. 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 Das ist Action. Der Papa geht ins Wasser. Pssst. 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 Was hat das für eine Riesenfahrt hier? Tja, so ist das halt, wenn man bei diesem Wind schwimmen geht. Hä? Ich bin doch schon im Wind. Wir machen die Sitzordnung für meinen Geburtstag. Wir strugglen. Ich habe Schwierigkeiten. Es ist nicht sehr einfach. Alle können nebeneinander sitzen, aber manche Leute möchte ich nicht, dass sie so nah neben mir sitzen. Aber manche Leute können nicht so nah neben mir sitzen, aus diversen Gründen. Schwierig, wirklich schwierig. Vorschläge gerne. Das sind Libellen. Oh, tschüss. Und Papa, wie viel Wind haben wir? Quasi null. Oh. Deswegen bewegen wir uns seit einer Stunde nicht mehr. Verstehe. Quasi quasi. Viel. Geht, Papa? Unglaublich. Ich habe das losgemacht bei der Vorleine. Stimmt. Du bist quasi der Navigator. Ich bin der Navigator. Du merkst es nur nicht. Wir sind fertig mit Segeln und wir essen Eis. Was hast du für ein Eis, mein Schatz? Das ist das gleiche Eis wie die Zitrone. Himbeer Zitrone. Die meinen, du hast Kokos. Sie hat Zitrone. Was siehst du? Zitrone haben wir noch. Oh, gute Wahl. Wir wollen beim Segeln, aber die kommen nicht. Ich würde das nicht tun. Die hältst du vom Eis. Oh. Und die hältst du vom Eis weg. Das ist der zweite Geburtstagsvlog. Der zweite Geburtstagsvlog. Der zweite Geburtstagsvlog. Party. Flinknet. Aufwarten. Kann man das in den Opa? Ich habe schon. Oh nein! Das war so geil! Oh! 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 Schaut aus wie den Kerne Wenn er es nicht gut haben Hallo! Das Problemkind liegt hier Ja, am Ende weiß ich nicht mehr wie der Boden ausgeschaut hat Ich zieh nicht in die Antarktis Antarktere Da oben ist der Balkon Da oben ist der Balkon Komm wir schauen uns das Wohnzimmer auch nochmal an Hier, vielleicht musst du es auch machen Nee, ich will das doch authentisch haben Gesenkeklamier Gesenkeklamier Hallo Leute, der Max ist da Wir machen nur schnell einen Vlog, damit ich nicht vergesse, wie es hier ist, wenn ich in Irland wohne Ja, aus gerade Wir haben gerade Pizza gegessen Wir haben gerade Pizza gegessen Hier liegt ein Prinzipol am Boden, das ist sicher nicht meins Meins auch nicht Das ist sicher meins Achso Erzähl mal was, Max Tja, also die Sonne ist da drüben, wir sind hier Ich habe heute aber auch schon genug Sonne gehabt, also das ist nicht so schlimm Genau, und jetzt habe ich eine coole Konferenz für Kroatien Jenny darf was auch immer machen Ich packe meine Umzugskisten Ah, das ist auch produktiv Das macht mir immer viel Spaß Sehr schön Mal langsam passen mir die Sachen aus, die ich einpacken kann Weil ich wohne ja hier noch eine ganze Weile Du kannst dich alles einpacken Und ich brauche noch Klamotten und so Sachen Ja, das kenne ich So Laptop-Sachen und so Und ich packe jetzt das Zeug immer mit so Quatsch voll Und dann weiß ich, ich kann ja nicht alle Kisten mitnehmen Das wird noch spaßig, habe ich das Gefühl Weil ich kann ja nicht den Van voll machen Weil ich möchte ja dann wohnen im Van Weiß ich nicht Das ist ja schwierig, ne? Vor Ort sie deponieren, vergraben Hey, ja, ich könnte mir so eine Ich könnte mir für ein paar Tage so ein So ein Lagermieten Also mit allen meinen Sachen rüber fahren Dann für einen Monat oder für zwei Beatsweiß etwas mieten Bis ich dann meinen Platz habe Umehm, du bist so, Max So, ist so. Ich weiß Gut, jetzt Später machen wir nochmal Vlog Weil was schauen wir heute an Star Wars visited Wie immer Ja, was fehlt uns da Was schauen wir heute an Mandalorian 2 oder Gute Idee Was haben wir letztes Mal angeschaut Ich weiß es nicht mehr Wir haben Clone Wars fertig geschaut. Ich hätte auch Lust, nochmal Andor anzuschauen, weil mittlerweile habe ich schon wieder... Ja, schau mir das an. Das habe ich ja noch gar nicht geschaut. Das ist halt richtig gut. Max, folgendes. Wenn ich in Irland wohne, wollen wir dann so machen, dass wir uns dann auch manchmal verabreden und dann gucken wir du so bei dir und ich so bei mir und dann tun wir so, als ob wir uns unterhalten. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. So gut bin ich halt. Okay, Max, leicht auf der neuen Matratze. Hallo, Firma. Raufgeräumt habe ich mir lange gemacht, habe ich mir meinen Schreibtisch an. Richtig krass. Das ist schon langweilig. Ja, hier oben sind auch so kleine Bücher. Hallo, Leute. Film spannend. Aber Film davor ein bisschen langweilig. Nein, ja, das meine ich. Es war so, wie für euch, Ich weiß nicht. Hallo Ben, das ist ein Vlog, sag was. Ben hat komische Muskeln. Wo sind wir? Papa ist das Wasser, das läuft nicht ab. Denkst du nicht auch? Ich habe Zeitschriften zerrissen. Wenn Wasser ablösen würde, ist das ja schon so viele Milliarden Jahre alt. Sie haben eine Plastikflasche. Der Papa hat sich Metal angehört. Ich hätte mir auch Metal angehört. Schau dir das Bild an hier. Da guckst du mal her. Achso. Nice Nummer. Die Jenny schaut am ersten und am letzten komplett gleich aus. Der Papa eigentlich auch. Der Mama eigentlich auch. Ein bisschen anders, der Papa. Ganz, ganz bisschen. Da schaut er ein bisschen nicht so schön. Aber du schaust genau gleich aus. Crazy, Achtung, hinter dir sind Leute. Perfekt, danke. Schön war es mit euch hier. Finde ich auch. War es so Steine? Weißt du noch, wie die Julia immer hier war und sich Steine ausgesucht hat? Ich mach einen Vlog im Übrigen. Möchtest du was sagen im Vlog? Okay. Ich muss mich daran erinnern, wie Baumärkte ausgeschaut haben. Stein, Stein, Stein. Auch witzig, dass du für Steine Geld bezahlen musst. Die Papa hat Steine weggeschmissen? Die Papa hat Steine weggeschmissen? Guck mal, Bambus! 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 Hm, nice! Eltern, mecker, 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 mecker! Das kannst du nicht nehmen, Schatz, aber ich weiß nicht, woher ich den Film stehste. Ach so, wo kommt denn der Feuerstelle eigentlich jetzt hin? Das wissen wir noch nicht, wie das ist. Aber wo kommt der Vivierte hier in die Zwischung? An die gleiche Stelle oder? Das Schlimmste ist schon wieder so viel Unkraut in dem Welt, es lohnt sich ja auch gar nicht mehr, das Gericht zu machen, ehrlich gesagt. Ah, die Schere, wo ist denn die Schere? Mach einen Vlog. Möchtest du auch auf den Vlog? Schau, mein cooler Papa grillt. Fisch! Was gibt es noch? Doderfisch. Papa, das habe ich mir schon gedacht, nachdem er auf 100 Grad liegt. Mein Baby! Hi, kleiner Mensch. Warum kriege ich nur drei Finger? Mach mal so. Aber das sind vier Finger. So ist gut. Halt so. Das ist der Vlog. Ich weiß nicht, ich habe keine sonstige Idee auf dich zu tun. Du gehst einkaufen? Ja. Du gehst einkaufen? Ja. Du gehst einkaufen? Ja. Du gehst einkaufen. Ja. Das habe ich gehört. Du gehst einkaufen. Ja. Du gehst einkaufen. Ja. Du gehst einkaufen. Du gehst einkaufen. Ja. Du gehst einkaufen. Du gehst einkaufen. Ja. Du gehst einkaufen. Da war immer so Matsch am Boden. Weißt du, Mama? Man hat doch immer so Matsch gemacht da. Ich soll keine Leute zusammen fahren, oder? Das wäre nett, ja. Du gehst einkaufen. Du gehst einkaufen. Aber was ist, wenn sie tauchen? Ja. Dann kannst du nichts dafür. Dann können wir es rechtlich anstreiten. Ja. Dein Vlog wird wild. Mein Vlog ist so cool. Mein Vlog ist immer wild. Guck mal, ich habe auch meinen Fuß, Mama. Du hast meinen Fuß. Ich habe meinen Fuß. Nur eine. Wir fahren, wir fahren, wir fahren zur See. Und es war so schön. Wir fahren zur See. Und wenn wir dann gestorben sind. Gefahren von dem Motorboot. Das ist die schöne Fahrt, wo man singt. Das ist die schöne Fahrt, wo man singt. Eine Ruhefahrt. Mal drehen auf dem Teller. Drehen auf dem Teller. Drehen auf dem Teller? Ah, gleich auf zwei. Die rasende Tochter. Hinten ist auch cool. Aber ich finde es auch cool, wie ihr anschaut vorne. Weißt du, warum die ist? Da ist jemand, wo du hinfährst, ne? Ja. Ah, das ist ein schönes Bild. Schau mal her. Ah, schön. Es sind richtig viele Libellen, habt ihr gesehen? Ich war irgendwie auf der Seite, wo der Papa sitzt. Wir haben immer noch eine Schieflage. Ja. Das ist nämlich. Ich musste die Seite tauschen. Die zwei. Ja. Weil du die Unruhe rufst. Das ist ja auch ein System. Weißt du, so war wenig da nicht. Ne, ein bisschen, aber der Ben, wie es ja... Bleib so ein bisschen, dass wir das Ufer sehen... Aber es ist wurscht. Fahr, wo du hin willst. Es ist wurscht. Wir können sich auch gerne das Ufer anschauen. Könnt ihr mir dann gleich die Uhrzeit sagen? Ja, 11.38 Uhr. Ja. Du kannst auch reden mit den Leuten vom Blau. Mit diesen dramatischen Kamera-Shot zu Ende machen. Ja. Das wärst du, Jenny. Danke. Sehr beruhigend. Das ist aber wärmer irgendwie, finde ich. Die geben mir allergrößte Mühe. Ich steuere direkt auf das Haus zu. Ich wollte doch immer so einen kleinen Elektromotor, gell. Aber wir hatten kein Boot. Wir wollten nur so ein Schlauchboot. Weißt du, weil das so ein Motor? So ein Schlauchboot und so ein Minimotor. Schau, wie die haben. Aber du musst ja trotzdem das Boot irgendwo dahin bringen. Du musst es irgendwo liegen haben. Du musst es aufpumpen. Also dann mieten wir uns lieber. Für die fünfmal im Jahr, wo man das macht, kann man sich dann besser entmieten. Ja. Ja, wir müssen ihn schlafen. Ja. Sehr gut. So ist besser. Komm nochmal, guck mal in den Vlog. Die Mama fährt wohl. Mutter fährt. Wow. Super. 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 Da kommt uns ein Bote entgegen, Schatzi. Da kommt uns ein Bote entgegen. Die Häuser sind echt witzig teilweise. Schön fährst du. Schön fahren. Jetzt reicht schon. Mama, schau mal cool, du bist auf dem Boot. Ich bin im Wasser. Ihr Papa ist auch da. Hallo. Kannst du bitte mal aus meinem schönen Video gehen? Ich kann das empfehlen. Ich habe den Boden berührt. Mama, schau cool. Ich komme wieder zu dir. Lass mich hier rühren. Papa, geh mir aus. Ich bin nicht so dran. Ihr schaut so süß aus da vorne. Ja schön, mach doch schönes Foto. Ich weiß nicht, wo dein Handy ist. Aber mein Handy kann auch schöne Foto. Schicke mir. Die Anna und ich waren hier mal auf einem Festival. Das ist herrschend. Jetzt sind wir am Ammersee im Übrigen. Ja, ich auch. Julian, warum schaust du so für den Vlog? Johanna, möchtest du was sagen zum Vlog? Wie? Vlog. Das Video. Warum nicht? Ihr seid alle so still, Leute. Ich weiß noch nicht, was los ist mit denen. Was nimmt dich Kunstaufnahmen? Nein. Ich kann uns die Aufnahmen mal anschauen. Auf dem Boot. Was denkst du? Hab ich schon. Und wie fandest du sie? Okay. Ich glaube besser ist das. Untertitelung des ZDF, 2020